Mach auf hier. Flammenwerfer. Das wäre ein Ersatz für... Nein, nicht für die Star Wars. Genau, lass ich die Spuckis rankommen. Komm mal her, hier. Ich will dich abbrennen. Komm mal ran auf drei Meter, bitte. Das wäre doch super. Nein, nein, nein. Okay. Auf Pillen. Dankeschön. Immer schon hinten ran, immer schon hinten ran. Oh, oh, oh. Oh Gott, wie gut, Mann. Wie gut. Dankeschön. Jetzt bloß nicht vor Überfreude noch den Mitspieler töten. Gut gemacht. Oh, 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 oh. Okay, Nachschub. Nachschub. Geht gerade nicht. Der steht da hinten noch, ne? Richtig, da war ja was. Oh mein Gott. Noch sieben Leben insgesamt. Es ist schlimm. Schlimmer als jemals zuvor. Und die Diligence. Warte mal, stopp. Die war doch voller jetzt, ne? Dass er komplett alle Magazine dann mit der Waffe tauscht. Anstatt irgendwie nur die Muni hochzuheben. Ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Und nun, gute Frage, nächste Frage. Hier gibt es noch viel zu tun. Hier wäre die A-Wag. Aber hier ist noch ein Gebiet. Das wollen wir uns doch nicht durch die Lappen gehen lassen. 13 Minuten. Es wäre doch noch drin, ne? Wenn wir zusammenhalten, im Namen der Demokratie und der Freiheit und der Menschenwürde. Kommt da. Hat er selber was markiert? Dann soll er markieren. Ich folge auch. Ist kein Problem. Ich glaube, er will abhauen, ne? Naja. Dann halt nicht, ne? Unser Charisma-Wert ist nicht hoch genug. Wir können die hier nicht delegieren, wie wir wollen. Offensichtlich. Dann müssen wir noch ein paar Perkarten... ...ein paar Perkarten freischalten. Oh! 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 Nice. Nice! Der Dicker! Der Dicker! Lock! So, schön! Ach ja, wir haben ja auch eine neue Pistole. Da kommt ja auch noch was dazu. Vielleicht laufen Flammenwerfer. Irgendwann mal haben. Magazin leer! Gut. Kurz wechseln. Da hat noch einer gelebt, da zog noch einer. Ok, er steht ganz weit weg, ich seh nichts, ich seh nur Busch, alles voll mit rotem Busch. Ok, er dackelt ab, vorsichtig hinter dir. Ist da nicht noch was, irgendwas, ne Kleinigkeit? Ein paar Proben oder so, also das war wirklich unnötig nachgeladen, ne, keine Proben. Er möchte zurück, oh jetzt, jetzt sind wir dran, ne. Oh, oh da kommt wer, wie schön, großartig. Wir sind nicht mehr alleine, hallo, hallo, hallo. Alles cool. Steht das, ey, affiliate es, welcher Level er ist. Und warum ist eigentlich unser Helm wieder schwarz, war das nicht ein weißer Helm? Oder ist der verbrannt oder so? Demokratieieie! Hm, na ja, es wäre ja noch ein bisschen was drinnen, ne. Hier, hier zum Beispiel, das ist ganz um die Ecke. Aber genau. Ähm, der Mitspieler hat entschieden und wir beugen uns seiner Entscheidung, ist in Ordnung. So läuft das nun mal in einer Demokratie. Nein, stopp, geschützt jetzt. Block. So ist schön. Sie kommen von mehreren Seiten. Ungünstig. Hier, bleibt hier, hier drüben, genau, kommt hierher. So ist schön. Ihr Schneckni, oh Gott, hey. Finger weg. Nein heißt nein, auch für Arachnoiden. Excellent. Draufhalten. Also wenn das nicht genug Gegner waren, die wir mit einem Maschinengewehr eliminieren mussten, wird das hier vielleicht schon angezeigt? Oh. Nein, noch fünf, wir müssen noch fünf killen. Ansonsten müssen wir noch eine Mission spielen. Mit dem Maschinengewehr, aber wir wollten ja wechseln. So, Star, Stall, Stall, Wallmarkt. Na, schaffen wir das? Komm schon. Komm schon. Her. Geht doch. Na, geht doch. Ula. Zandik. Gut, ist das Ingame angezeigt, wenn man das geschafft hat? Waren das jetzt fünf? Ja. Na, geht doch. Na, geht doch. Komm noch mehr. Von da hinten vielleicht. Es brennt doch alles ein bisschen. Block. Draufhalten. Hat der noch gelebt? Ja. Man übersieht das manchmal. Dass einer noch lebt. Oh, Backe. Was ist denn hier los? Pelikan, wir grüßen dich. Pelikan 1 macht sich zur Landung bereit. Aha. Wir können. Challenge abgeschlossen. Und zurück wieder aufs Schiffchen. Wie bitte? Was? Wir haben keinen Stürmer eliminiert? Doch. Bei einem bin ich mir sogar ganz sicher. Aber war das mein Airstrike? Und beim zweiten war ich dabei? Oh. Da müssen wir nochmal ran. Da müssen wir diesmal solo ran. Aber die Maschinen gewehrt. Challenges sind durch. Okay. Dann geht's zurück nach Angels Venture. Solo. Mittel. Mittel. Ja. Das machen wir. Massenstilllegung war Roboter. Aber erstmal gehen wir einkaufen. Ja. 400 Roboter. Wieso kann man hier nicht runterscoren? Warum kann ich hier nicht runterscoren? Ich benutze das Maus. Ich weiß, wie man ein Mausrad benutzt. Üblicherweise. Egal. Weiter. Taktik aus Rüstung. Rüstung. Oh. Das wäre nicht verkehrt. Gerade gegen den Dicken. Ja. Stimmt. Damit könnten wir den aus dem Hinterhalt direkt angreifen. Das könnte man machen. Aber da waren auch noch andere Wichtige. Oder ist das das Einzigste? Ja. Da würde ich sogar... Also wenn wir den Stürmer erspähen, würde ich in Deckung gehen. Und dann kriegt er das auf den Sack. Aber sowas von... Ja. Das sollten wir tun. Aber da müssen wir auch beides einkalkulieren. Dann haben wir einen Airstrike weniger. Das ist uncool. Aber wir brauchen irgendwas... Was prächtiges. Aber einmal? Das ist wirklich nur ein Schuss, ne? Aber naja. Wir müssen es früher oder später sowieso freischalten. Wir wollen alles haben. Ein für allemal. Und hier gibt es noch nichts. Zu wenig Proben. Aber 46 haben wir schon. Das ist gut. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Wenig ist was anderes. Und nun... 18 Medaillen wollen ausgegeben werden. Haben wir, haben wir, haben wir. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Können wir hier schon weiter einkaufen? Ne, ne? Oh, wir müssen, wir müssen jetzt hier was einkaufen. Einen noch besseren Mantel. Noch neun? Ich muss noch neun hier ausgeben. Also der Helm geht wenigstens noch. Aber wir müssen jetzt neun... Wir werden gezwungen. Naja, gut hier. Das Emote sieht schon ganz, ganz nett aus. Neun. Also können wir nicht wirklich sparen. Hätte ich auch gleich ausrüsten können. Dann nehme ich den Mantel noch. Yes! Und... Ach, komplett oder wie jetzt? Ah. Ja, ist doch gut. Ne, ist nur die Rüstung, ne? Den Helm haben wir schon. Stopp, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ich meine, Fehler. Wird wieder vorkommen. Hm. Hm, 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 hm. Oder doch den Helm. Wie viel noch? Noch vier. Naja, dann mach den Helm. Ist in Ordnung. Oder ist die auch potenter hier? Warte mal. Ah. Au. Die ist auch kräftiger. Na, sag das doch. Das ist nicht nur kosmetisch. Ach so. Also die hier zumindest nicht. Da. Panzer. Panzerungswertung. Geht hoch. Passive. Panzerungsboni. Au. Das ist nicht nur kosmetisch. Das ist wichtig. Verringert den Rückstoß in der Hocke oder im Liegen... Oh Gott, was? Bitte. Könnte ich mir noch holen. Aber ich kann mir auch Uber Credits holen. Oh ja. Oder hier so einen richtig orangenen Helm. Äh, quatscht. Orangenen Flattermann. Keine zusätzlichen Boni. Hellpodge. Platz, Optimierung. Helldivers sind vollständig mit Munition, Granaten und Spritzen ausgestattet. Wenn sie aus ihrem Helper... 15. Ja. Da können wir direkt losziehen. Was gibt's denn für Uber Credits noch? Was schön ist vielleicht? Na los, Lars. Kann sein, dass die Server wieder ein bisschen streiken. Aber das passiert... Bei einem Milliarde Spieler gleichzeitig ungefähr. Also wirklich, jeder spielt das gerade. Zumindest bei mir in der Bubble. Ist auch ein nice Spiel. Hallo, 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 hallo. Oh. Er. Konnte nicht hergestellt werden. Aber ich glaube, wir können... Oh nein. Deswegen vielleicht... Haben wir deswegen vielleicht nicht... Das Dingens... Gut geschrieben bekommen gehabt. Oh nein. Premium Kriegsanleihe kaufen. Ah. Die... Die können... Ah, das ist die absolute Premium-Währung, wa? Ich glaube schon. Für 1000... Für 1000 Uber Credits. Gerade eben blitzte das Bild. Na? Wie sieht's aus? Jetzt vielleicht? Ansonsten mache ich einen kompletten Neustart. In 3, 2, 1. Na geht doch. Ein Neustart heilt alle Wunden. Nicht genug Uber Credits. Oh. 144. Geschwindigkeit 4, 5, 6. Bietet eine höhere Panzerungswertung. Und hier... Okay. Bisher habe ich bei Helm noch keine extra Boni gesehen gehabt. Mhm. Oh. Hier werden wir besonders schnell. Für 2, 50. Ja, wir sparen einfach weiter, ne? Kaufen tun wir sie uns nicht. Ich möchte mir das erspielen. So, nein, nein, nein. Warte mal. Diese Rüstung bringt ihr uns mehr. Sie lässt uns schneller werden. Das ist eine Flitzerrüstung. Ist die Frage, ob wir das wollen. Wollen wir flitzig unterwegs sein? Oder wollen wir hier gut gepanzert sein? Man kann es ja auch austauschen. Dann richtig. Oh, warte mal. Ich habe schon so viele Rüstungen. Vielleicht gibt es da auch verschiedene Werte. Ne, dann brauche ich auch die alle. So, aber hier haben wir die Panzer. Also mehr Panzerschutz. Aber wir sind langsamer. Bedeutend langsamer nehme ich jetzt mal mit. Oder weitersparen. Da gar nichts weiter. Da verändert sich nichts bei der Orangenen. Ach, da bekommen wir Techniker-Kit. Verringert den Rückstoß in der Hocke. Oder im Liegen um 30%. Erhöht das anfängliche Inventar. Und die Tragekapazität von Granaten um 2. Okay, ne, wir brauchen das alles. Ich bin Sammler. Also kosmetische Helme nehme ich nicht mit. Aber Rüstungen. Sowas finde ich schon sehr wichtig. Danke sehr, danke sehr. Und jetzt haben wir nicht genug, ne? Ist ja nicht so schlimm. Banner ist mir... Rille, absolut. Uber-Credits, wie viel gibt es? 100. Ne, mit jetzt. Ist gut. 400, okay. Mhm. Könnten wir mitnehmen. Ist unik. Ist gerade im Angebot. Ich wollte unbedingt die Weiße haben. Aber jetzt ist sie nicht mehr da. Schade eigentlich. Das ist eine Flitzerrüstung. Ja, klar. Warum nicht? Wofür sollen wir sonst? Unsere Kohle hier ausgeben. Und nun ausrüsten. Mal gucken. Wir nehmen wieder mit. Ich würde sagen, wir bleiben beim Sturmgewehr. Das finde ich allroundfähiger. Unbedingt. Liberator. Sekundärwaffe. Haben wir nicht einmal ausprobiert. Sollten wir mal tun. Und ich bin mit der Granate sehr zufrieden. Ja, absolut. Wir bleiben dabei. Mhm. Und ausrüstung. Panzerung. Und jetzt hier ganz genau gucken. Leicht, mittel. Ah, und dann kommt noch die Schwere. Aber hier. Alles nur extra Polsterung. Okay. Und hier. Die Flitzerrüstungen. Aber die ist zumindest noch so ein bisschen gepanzert. Aber die ist schicker, ne? Sehr lustig. Die Textur von den Patronen hier. Also, die Patronen sind keine 3D-Objekte, sondern nur eine Textur. Wenn er sich gerade eben, also wie gerade eben zurecht rückt am Kragen, dann verziehen die sich. Ist mir gerade aufgefallen. Mach das nochmal. Kriegen wir das vielleicht nochmal? Mein Freund. Ja, so ein bisschen haben wir es gerade gesehen gehabt. Naja, wie dem auch sei. Auf der Karte platzierte Markierungen erzeugen alle zwei Sekunden Radarscans. Verringert die Reichweite, in der Feinde den Träger entdecken können. Um 30%. Aber die sieht cooler aus. Oder? Findet ihr nicht auch? Rückstoß in der Hocke. Naja, wir können ja beide mal ausprobieren. Erst die hier. Wegen dem Scan. Und dann alles weitere. Helm. Da ist wirklich kein Boni. Da kommen bestimmt noch Helme. Wo Boni dazukommen. Irgendwie synergiert das. Das Röstilein hier mit diesem Helm am meisten, finde ich. Auch das hätte was. Aber nein. Wir nehmen mal den. Wir haben den auch gerade gekauft. Ist in Ordnung. Oh Mann. Der ist neu. Ja, dann nimm den auch. Da wird es auch Boni geben. Oh mein Gott. Das ist ja echt großartig, das Spiel. Siegespose. Fingerpistolen. Und dann gehen wir alleine runter. Wir müssen auf Mittel runter gehen. Nach Angels Venture. Oh, warte mal. Stopp. Ei, 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 ei. Das ist ja... Stimmt. Das war eine Operation. Vielleicht müssen wir die Operation erst komplett beenden. Damit wir... Ja. Damit wir dann auch die Stürmer gut geschrieben bekommen. Missionskoordinaten festgelegt. Okay. Mittel. Aber diesmal können wir... Ne, wir bleiben auf jeden Fall bei der Operation dann. Und... Äh... Spiel ist offen, ne? Ja, ist offen. Crossplay soll man aktuell ausschalten. Das soll zu Problemen führen. Ob das immer noch so ist, die Nachricht war drei Tage alt. Das fixen die bestimmt bald. Und ich warte hier ganz kurz auf Mitspieler. Das ist okay. Aber wir würden es auch alleine jetzt schaffen. Und das wäre eine natürliche... Naja, ich kann ja eine SOS-Barke schmeißen. Richtig, wir ziehen los. Ist gut. Verdammt nochmal. Für Übererde. Und wir nehmen natürlich die Starward mit. Aber es ist Mittel, ne? Nicht vergessen. Es könnte echt übel werden. Wir haben noch nie Mittel alleine gespielt. Wir nehmen mit. Starward. Und Geschützi. Und die beiden letzten Geschichten da. Noch ein Stück, noch ein Stück. Direkt an der Küste, bitte. Da ist die Luft so schön. Ja. Okay. Erstmal Grund ausrüsten. Wetter ist schon mal schön. Ein schöner Einstieg. Wir setzen eine SOS-Barke. Block. Wir nehmen die Starward und ein bisschen Nachschub hierhin. Geht doch. Gewehr ist gut eingestellt. Excellent. Aber hier brauchen wir wirklich, wirklich keine Taschenlampe. Ich lasse sie auf Auto, okay? Der Gag ist, glaube ich, durch. Starward. Da bist du wieder. Freund Nase. Ich mach mal auf Munition sparen. Und ebenfalls auf Auto. Die Barke ist am Leuchten. Und wir widmen uns dem Krieg gegen die Arachnoiden. Ich sag jetzt einfach Arachnoiden. Aber also nicht, dass da irgendwie GEMA-Probleme dann gibt. Wir wollen da rüber. Genau, ein bisschen an der Küste. Oh, das ist aber ganz schön weit weg. Achso, jetzt verstehe ich. Nee, dann erst hier hin. Dann will ich erstmal da rüber. Oh, da ist noch was. Nimm wir mit. Nimm wir mit. Nimm wir mit. Nimm wir mit. Proben vielleicht. Nein. Aber hier. Doch, da ist ne Probe gewesen. Bogengewehr. Nicht Quatsch. Bogenwerfer. Hm. Hm, ist das? Das ist wieder unsere Dreierwaffe, ne? Nee, die Stalwart. Die muss ich mitnehmen. Ansonsten kommen wir hier nicht lebend wieder weg von diesem gottverlassenen Planeten. Niemals zuvor war ein Planetenname so ironisch wie hier Angels Venture. Ich bitte euch. Wem wollt ihr was vormachen? Oh Gott, sie sind hier. Das ist ein Pinien, ne? Oder? Kommen sie schon. Es wird übel. Wir sind im Munitions-Spar-Modus. Gibt's hier noch ein paar Proben? Ach ja, wir sind in einer Flitzerrüstung. Nicht vergessen. Stimmt. Sollten wir auch ausnutzen. Na dann mal los. Da könnten wir auch, ne? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wir werden gleich eingekesselt. Dahinten. Das ist ein Dicke. Oh Gott, ist der Dickmann. Aber das ist noch ein Säurespucker. Ist das, ne? Ich dachte, die kommen erst auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad. Verflucht. Wir sind tot. Na gut. Aber lebendig kriegen sie uns nicht. Wie im Anmarsch. Hier auf den Stein, bitte. Das ist Gott. Block. Draufhalten. Wir müssen schneller schießen. Jetzt. Noch einer weiß ins Gras. Ganz wichtig. Und jetzt kontrolliert. Ich hoffe, unsere SOS-Barke wird gehört. Na, 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 na. Oh Gott. Wirklich nur einmal anspucken. Und dann ist durch. Tatsächlich. Die dürfen nicht. Zu nahen uns ran. Und, naja. Und bespucken sollten sie uns nicht. Schande. Meine Stalwart. Ist sie schon wieder da? Nein. Fünf Minuten. Oh, die müssen wir richtig aufpassen. Das ist ja schlimm. Adler. Hast du noch einen Dicker am Leben, ne? Einen dicker. Sauer Spucker. Oh. Nice. Wir sind nicht mehr allein, ne? Das ist ja schön. Mhm. Nein. Weg, weg, weg. Gut. Alles klar. Das ist ja cool. Aber ist die SOS-Barke immer noch da? Nicht, dass das wie bei Division ist. Und wir pro Mitspieler einmal. Renne. Renne. Nicht, dass wir pro Mitspieler einmal eine neue Barke setzen müssen. Das könnte ja wirklich sein. Aua. Das könnte ja wirklich sein, ne? Ist gar nicht mehr verfügbar. SOS-Barke. Kurios. So, wir müssen weiter. Vollste Konzentration. Bitte hierhin. Taktikpaket. Gut. Warten wir kurz. Seine Energie, mein Freund. Aber er wird schon wissen, ne? Was er tut. Okay. Ich dachte gerade, das wäre eine Money-Kiste. Na ja, wie dem auch sei. Er ist fort drauf, ne? Ich denke jetzt, in dieser Runde können wir viel lernen. Na, 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 na. Baaah. Aufstehen, aufstehen. Jetzt keine Panik. Keine Panik. Wahnsinn. Hat er auch eine Star Wars. Kann das sein? Übel. Mit einem Bein durchs Minenfeld. Krank, Mann. Einfach nur krank. Da, Löcher. Löcher. Er macht sie zu, ne? Oh, er ist gut drauf. Ja, ich sag ja. Heute können wir viel lernen. Macht er schon. Warte mal. Soll ich richtig zu? Glowreich. Amazing. Simply amazing. Weiter. Ja, ja. War hier noch was? Die Star Wars. Die ist es. Aber wir können wirklich keine weiteren mehr holen, ne? Hm, hm. Ne, hier ist nichts weiter. Dankeschön. Weiter. Für die Demokratie. Excellent. Rück vor. Oh Gott, die hässlichen Säurespucker. Das sind die schlimmsten. Vielleicht gibt es da später einen Debuff oder so. Oh, ungünstig. Drauf halten. Jawohl, ja. Oh Gott, ja. Die Star Wars. Oh Gott, Hilfe. Leine. Nicht so nah rankommen lassen. Ganz wichtig. Ah! Okay, okay. Ich brauche ihn zurück. Auf jeden Fall. Okay, sie kommt. Oh, ich habe ihn direkt auf den Säurespucker angesetzt. Nein! Oh, 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 Spritze. Brenne. Brenne. Die Säurespucker. Ich hasse sie. Habe ich das schon mal erwähnt? Aber die soll man auch hassen. Das sind richtige Hassgegner. Sie kommen. Oh, oh, oh. Ja, bitte geschützt. Ich auch. Wir wollen alle nur noch Geschütze haben. Alles cool. Alles cool. Und, äh, Adler. Wo ist er? Wo ist er? Ja, bitte Luftunterstützung. Nein. Oh Gott. Geh da weg. Tut mir leid. Tut mir leid. Mein Fehler. Mein Fehler. Sind die Säurespucker? Zufällig. Ich würde mich nicht wundern. Renner, 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 renner. Alter Schwede. Fast vollgespuckt. Oh, 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 oh. Moni. Sieht übel aus. Ist er da? Er ist abgehauen, ne? Er spielt dich mit Anfängern. Kann ich verstehen. Er ist wieder weg. Oh, oh. Ich habe ein Problem. Richtig übel ist. Oh, Backe. Nein, nein, nein. Spritze. Ist alle, ne? Ist gerade alle. Ich kann nicht mehr rennen. Oh, 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 oh. Ach, ich blute. Ach so. Das wieder. Das kennen wir, ja. Das Bluten kennen wir, ja. Ach, wir bluten doch nicht. Ich hätte einfach... Alles cool. Bis zum letzten Leben. Ich war eigentlich schon darauf eingestellt, dass das früher passiert. Dass wir früher schon mal so richtig auf den Sack bekommen. SOS Backe ist nicht da. Ist nicht mehr da. Geht einmal für einen Mitstreiter. Ja, oh, oh. Nachschub. Ausrüstungspaket trifft ein. Block. Oh. Da kam er angeflogen. Die rate, die. Blockgeschütze, jetzt geht nicht. Ungünstig. Rennen. Rennen. Für die Demokratie. Mhm, 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 mhm. Na. Und da kommt der Dicke. Oh, ich bin irgendwo durchgelaufen. Das stinkt. Kratzig mir nachher vom Stiefel. Oh, du lebst ja noch. Er war noch zu 30% einsatzfähig. Ich verspitte immer noch. Okay. Behalte ich im Hinterkopf, Sir. Durchladen. Spritze. Kann ich ja alles hier wieder auffüllen. Gib mir alles. Ich brauche die komplette Dröhnung. Schnellfeuermodus. Wir sind doch da richtig, ne? Ich kümmere mich jetzt nur um die Mission. Ist zu krass einfach. Wir müssen noch ein bisschen, ne? Oh Gott, wenn ich die Mission jetzt nicht packe, dann... Oh, das ist nicht gut, ne? Dann geht die ganze Operation flöten. Übel. Wir sollten schleichen. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Die Stalwart. Aber wir sind voll Stalwart-technisch. Es lief nicht wie geplant. Okay. Ich gebe es ja zu. Oh, das... Da ist... Heslon. Kommt er rübergeglibbert? Ja, er kommt rübergeglibbert. Es gibt bestimmte Schwachstelle, die ich noch nicht kenne. Hm. Jetzt hier lang. Hier lang. Dreh dich um. Ratte, du. Oh, 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 oh. Renne, 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 renne. Ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Wie schnell der rumglibbern kann. Okay. Okay, es geht. Es geht mit dem Stalwart. Wir müssen sie nur auf Distanz halten und im schnellsten Feuermodus auf sie einhämmern. Oh, verflucht den Brotplatz. Los. Randa. Alles voll mit Minen. Man sieht sie manchmal nicht richtig. Da. Das sind doch die Eier, ne? Das sind doch die Eier. Habe ich doch sofort erkannt. Ne, warte mal. Ich gehe lieber auf sichere Distanz. Oh, die müssen wir auch noch einzeln wegsmaschen. Na. Oh, Backe. Oh, Backe. Oh, Backe. Renne, 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 renne. Flip 6, Dreierloch. Und durchladen dabei. Na, renne, 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 renne. Ist okay. Taktischer Rückzug. Es geht, ne? Höchster Feuermodus und dann direkt aufs Gesicht. Wollte der gerade Verstärkung rufen? Wie viele Eier? Sind noch aktiv. Kommt da wer? Ich muss da rein. Ich muss ins Loch. Und Bau, Bau. Backdurchbruch. Ungünstig. Kommen sie von hier? Oder auch noch von wo? Ah, renne, 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 renne. Erstmal ein bisschen Distanz zwischen uns bringen. Und ich brauche ein volleres Magazin. Oh Gott. Alles cool, alles cool. Nice. Und den da noch. Ist schon down. Geschütze, gute Arbeit. Ich kann mal nicht mal ran hier. Aber wir wollten das, ja? Ich brauche einen Nachschub. Da vorne. Letztes Nachladen. Da kommt schon. Gib alles. Aua. Ich habe einen Splitter ins Auge bekommen. Was? Wie bitte? Komplett voll machen. Da kommt noch mehr, ne? Haben wir noch irgendwas? Adler hätten wir. Oh. Rüber, ne? Ich glaube, hier rüber. Die SS. Alles cool. Alles cool. Alles im grünen Bereich. Na, willst du noch ein bisschen? Gerne doch. Ich mache mich nochmal voll. Magazin-technisch. Randa. Noch zwei Leben. Noch 25 Minuten. Sie verteidigen ihre Eier. Wer hätte das gedacht? Ich muss natürlich hier rein. In Deckung. Geht natürlich auch. Oh. Ich würde jetzt sehr gerne ein gegen die Munitionen, eventuell der Gegner schießen. Da kommt bestimmt gleich ein Spooky. Oh, oh, oh. Ja, stimmt. Aber ich kann ja meine Sekundärprimärwaffe nehmen. Geht bestimmt irgendwas Besseres, aber. Hey, hey. Wer hat hier rumgekreischt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nicht schlimm. Jetzt werde ich ja eingekesselt, ne? Und Spooky kommt gleich. Das stimmt. Ich gehe ganz fest davon aus. Weiter, weiter. Verflucht nochmal. Eier sind durch, ne? Oh, 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 oh. Alles cool. Alles cool. Wir bleiben am Ball. Granate. Oder sind hier noch Löcher? Weiß ich nicht. Hm. Die spare ich mir mal lieber, die Muni. Für einen eventuellen Spooky. Ich hoffe, ein halbvolles Magazin reicht aus. Auf die Rübe, ne? Ziel abgeschlossen. Das reicht. Ist okay. Wir wollen es nicht zelebrieren oder so. Wir gehen bei der Muni gehen wir lang. Und dann da rüber. Na gut, die Nebennissen machen wir noch. Oh, hier ist ja noch eine, ne? Oder hatten wir die gemacht, gab? Was für ein gutes Spiel, Muni. Ja, komm schon. Nimm wir mit. Und jetzt ist alle. Wir wollen in die Richtung. Radarstation. Das ist unser Ziel. Und dann können wir bestimmt auch wieder alles, ne? Ja, Nachschub in 32 Sekunden. Aber warum können wir jetzt keine SOS-Banke mehr setzen? Das ist alles sehr traurig. Oh, Spooky. Ist er tot? Nachladen. Geschützt. Geht vorne. Ich werde, der Kampf wird gleich weitergehen. Weiß ich, in Ordnung. Gucken. Gucken, gucken. Schmeiß an die Kiste. Na los. Einfach nur mit dem Finger einmal drauf. Das ist ein Touchscreen, Mann. Wie schwer kann das sein? Oh, Spooky. Ist Spooky tot? Weiß ich nicht. Ich glaube nochmal sicher. Ah, Spooky war tot. Eingriff im Gange. Oh, oh. Den Zaun intakt lassen. Ist oft sehr hilfreich. Das ist übel. Achso, Nachladen. Warum eigentlich nicht? Ne? Nachschub. Und hier noch hin. Ausrüstungspaket trifft ein. Schön durchladen. Bis zum Ende. Wir kennen das. So, wir wollen, äh. 10 Uhr. 10 Uhr. Na los. Nein, da lang. Da lang. Bis es einmal Palunk macht. Einmal Palunk. Das reicht. Und dann. Genau, danke. Ja. Mhm. Ab. E. Und runter, bitte. So ist gut. Und, oh. Einmal. Das war's schon. Exzellente Arbeit. Alles durchladen. Spritzen. Braucht er gerade nicht. Guter Junge. Ah, und dann kriegen wir hier. Ah, und dann kriegen wir alles angezeigt. Das ist ja glorreich. Markiere Karte. Na gut. Fahrzeuge werden ganz cool. Ich glaube, die gibt es hier nicht. Wird sich zeigen. Da ist noch ein bisschen extra Money. Brauchen wir nicht. Zurück zur Stallwatch. Wir sollten alles, bis auf die Spookies, mit. Mit unserer. Liberator-Knarre. Weg. Schießen. Sollten wir tun. Ah, und ich glaube, die. Oft schon erwähnten. Soll ich abbrennen? Komm mal rauf auf, komm mal ran auf drei Meter, bitte. Das wäre doch super. Nein. 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 Wo sind denn noch mehr Streifen? Nee, ist mir zu heikel. Wir haben zu wenig Leben. Da kommt, oh Gott, da kommt die ganze Horde. Die mache ich mit der Liberator-Knarre. Die wollen hier lang, ne? Machen wir einen Adler leer? Oder heben wir uns die letzte Attacke des Adlers auf? Weiß ich nicht. Oder auch nicht, ne? Überfall. Hier lag meine Freunde. Hier lang. Oh, oh, oh. Es sind nicht wenige. Warum muss das jetzt hier so puffig neblings sein? Ah, Spocki, Spocki. Zu lange gewartet. Oh, Wacke. Spritze, Spritze, Spritze. Renn, renne, 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 renne. Spocki spritzt zweimal hintereinander. Ih, das ist richtig widerlich. Wir pfieren ist gut möglich. Na los. Er ist in Deckung, nur, ne? Er lebt noch. Er lebt noch. Ist down, ne? Ja, durchladen bitte. Alter Schwede. Spritze. Ist grad nicht vonnöten. Nein, nein, nein. Doch nicht. Oh, jetzt hat das Magazin schon weggeschmissen. Da ist das Spiel gnadenlos. Sobald das Magazin raus ist, null Munition, bis das nächste Magazin drin ist. Ich bin sehr beeindruckt. Naja, zumindest hier den Leuchtkram nehmen wir mit. Proben. Ein paar Proben, Sir. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das ist jetzt hier auch eine Operation. Nicht nur eine Mission. Wir haben schon Obercredits. Na los. Anforderungsscheine. Na ja, gut. Starward-Magazine. Alles. Wir sind wieder maximal voll. Spritztechnisch auch. Also spritzentechnisch. Hallo. Das hört sich schon so verdächtig an hier. Ist doch bestimmt wieder ein Spocki. Wo wäre die richtige Mission? Positioniere Pin. Nördlich. Das ist das Wichtigste. Wir sollten uns erstmal darauf konzentrieren. Das wird schon schwer genug. Da verlieren wir bestimmt wieder ein Leben. Oh. Und jetzt noch durch Wasser. Können wir schlechter laufen. Krank, Mann. Einfach nur krank. Ich bin auch so gespannt, ob die Stürmer dann zählen. Oh, Adler ist wieder voll, ne? Jawohl, ja. MG auch. Nachschub wäre auch da. Bleibt ja stehen, theoretisch, ne? Können wir einfach hier platzieren. Lassen Spocki. Hm. Erstmal geschützt, ne? Hier so hin. Schön verteilt. Adlerangriff. Orbitalangriff. Warum nicht? Und Stallworn. Zerlegt. Da, los. Bleib stehen. Bleib stehen, du Hund. Na. Gilt noch, ne? Oh, come on, nein. Come on, nein. Ich war solo in einer Mission. Oh, come on. Das ist doch ein Witz, oder? Das liegt nicht an mir. Ja. Oh Gott, darf ich jetzt komplett von vorne wieder? Echt jetzt? Ne, dann das nächste Mal im Team. Ich warte ganz kurz. Oh, come on. Oder wenn ich jetzt runtergehe? Nein, ich warte jetzt auf ein Team. Drei, zwei, eins. Wow, das geht jetzt richtig schnell, seitdem ich das Spiel neu gestartet hatte, nachdem ich das Crossplay deaktiviert hatte. Gut, ansonsten sind wir mit den Waffen sehr zufrieden. Na, warte. Hallo, hallo, hallo. Dö, 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 dö. Action, los geht's. Ja. Ich will, ich will. Den vorletzten möchte ich nehmen. Hier. Und dann los. Die gleiche Ausrüstung wie gerade eben. Ach ja, stimmt. Wie wär's hier? Wie wär's wo? Was, wo? Ich kann, ich kann die, ich, ich kann die nicht anklicken. Was ist denn da los? Es ist ganz mysteriös. Es tut mir so leid. Ich, ich kann wieder nur den Turm auswählen. Da ist aber Remi Demi, wenn wir da ankommen. Es ist, äh, es tut mir leid. Was muss ich denn? Gefahrfeindpräsenz. Es geht nicht. Ich, ich klicke links. Wie soll's? Ich drücke E. Ich kann nur den Turm auswählen. Ah, na geht doch. Irgendwas. Irgendwas lief gerade schief. Aber jetzt geht es. Das ist die Hauptsache. Und Geschütze nicht vergessen. Wir gehen runter. Wir sind zu viert. Mittel. Na gut, da hätte man jetzt auch den höheren Grad auswählen können. Aber wir wollen ja die Operation sicher beenden, um zu gucken, ob wir die Stürmer zumindest noch, die beiden, gut geschrieben bekommen. Und danach noch ein Stürmer. Heute sind wir sehr arachnoiden. Mh, er fokussiert unterwegs. Das wird schon. Auf jeden Fall. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Für Amerika. Mh. Der ist fast alle. Die Mission wird ein Weilchen gehen. Oh, okay. Ich werde das überstehen. Wir werden das alle überstehen. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern. Aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback. Und zwar von euch. Doch. Dieのは jeder. Kim rue Schro fires. Doch. Wir wünsern. Wir wünschen. Wir wünschen uns. schemer. Ton. Die Menschen bessern.